Ich habe bisher nicht viel über das verheißene Land gewusst. Aber dass wir es endlich entdeckt haben, das ist ja fantastisch! Noch können wir nichts gesichert sagen. Der Tempel des alten Volkes ist das verheißene Land. Diese Theorie gibt es schon seit langem. Die Zetra ist auf dem Weg zu ihm, da bin ich mir sicher. Es war richtig, sie gehen zu lassen. Der Schlüsselstein soll angeblich beim heutigen Turnier als Hauptpreis vergeben werden. Wie gehen wir vor? Ich habe da schon eine Idee. Ich habe da schon länger, der eine REM- personally oder hinein jeune von mir Praise. Ich bin sehr gut da. Seit nåаша ich bin da Peußer. Ich habe da auch viel��는 combat. Ich bin ja eher am Trailblauen hier. Ich habe da auch viele dile dasselbe. Vielen Dank.